So, hier geht's lang. Weh, da erschreckt mich wieder was, hä? Uah, mein Gott, ich sag's auch noch. Das war so klar. So, stirb, hä. Dafür, dass du mich erschrocken hast. Hallo und willkommen zurück zu Now the Lost, ey. Ja, Leute, wir legen direkt los mit unserem Speicherstand von Part 2. Schlitz 1 war das, genau. So. Das haben sie immer noch nicht geändert. Aber es kam wieder ein neues Update raus. Wir gucken mal, ob wir irgendwas merken. Genau, hier haben wir aufgeheert. So. Das schaut alles schon echt mächtig aus hier. Ich finde das Spiel einfach nur hübsch. Schaut richtig gut aus. So. Oh, ich hab keine Energie mehr. Sind hier irgendwo Lebenspflanzen da? Ha. Gleich mal wieder aufladen hier. Zack, 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 zack. Nicht ganz, weil, oh, oh, was passiert hier? Ey, 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 ey. Hey, Moment, hab ich was? Wo hab ich was? Hier hab ich's. Bam, bam. Weg mit euch, ihr hässlichen. Okay, wenn man fest genug schlägt oder die richtig trifft. Boah, wo sind du hier? Ich hab ich gar nicht gesehen. Dann gehen die auch ziemlich schnell kaputt. Oh, der war jetzt mit einem Schlag kaputt. Bam, bam. Komm her. Komm her. Hey, da liegt noch der Arm. Okay, ich glaube, ich hab alle. Ne, da hinten ist noch einer. Ja, komm. Ich krieg jetzt auch noch hier. So. Boah, drei Stück noch. Vier Stück. Bäm, bäm. Bäm, bäm. Aua. Wer war das? Irgendein Körperteil noch rumgelegen, wo ich gehauen hat hier. Ey, wie viel kommen denn noch? Okay. Jetzt hab ich alle. Musik hat geendet. Da drüben lebt noch ein bisschen was. Jetzt hauen wir noch schnell kaputt. Und hier hör ich schon wieder ein Geräusch. Aha. So, dich nehmen wir mit. Menü war... Ne, das war das falsche Menü. Menü war hier. Ah ja, genau. Die haben das Menü geändert. Das schaut auf jeden Fall übersichtlicher aus jetzt. Sehr cool. So. Ich hab doch eigentlich auch noch einen Bogen, oder? Ach, da hab ich ihn reingelegt letztes Mal. Cool. Halt. Hallo. Bogen. Hey, ich will dich hier reinlegen. So, jetzt hat... Gut. Und los geht's. Erstmal wieder hier eingewöhnen. Wie war das? So... Ach, genau. Trigger und Griff-Wappen. Schauen wir mal, ob wir noch einen Platz hatten. Einen Platz, ein Platz. Jawohl, einen Platz haben wir noch. Und die Dinger, die brauch ich eigentlich gar nicht. Das sind nur so Notwaffen scheinbar. So, erst mal looten hier. Hab doch da vorne schon was gesehen, genau. So. Dann schauen wir da rüber. Gut, wir müssen hier auf jeden Fall wieder unseren Ball färben. Und ich glaube, das kann ich da machen. Uhu. Da ist einer. Ey, nicht du. Dich will ich. Okay. Kiste. Bam. Bam. Komm, jetzt lass doch mal was drin sein hier. Ja, jedes Mal schaue ich in diese blöden Körbe rein und nichts ist drin. So, die zwei Dinger noch. Ich frag mich echt mal, was man mit denen Teile da machen kann. Für die hatte ich bis jetzt noch keine Verwendung. So, mein Ball. Da rein. Und den brauche ich gelb für das Tor. Gelb. Und an die Turbel. So. Gib mir meinen Ball zurück. Okay. Dann haben wir hier eigentlich alles. Die Versteinerten lassen wir einfach links liegen hier. Und weiter geht's. Ich hätte es gesagt, ich spiele jeden Part bis zum nächsten Checkpoint oder Speicherpunkt. Mal gucken. Je nachdem, wie ich Lust hab. So. Mit den Dinger kann ich mich... Was kann ich mit den Dingern machen? Ich hab keine Ahnung. Komm her. Komm her. Ne, warte mal. Die ich mach jetzt mit dem Bogen fertig. Hä? Ich muss dann nochmal den Grip-Button drücken. Oder ne, doch nicht. Okay, also... Okay, sie sterben. Das wollte ich grad sagen. Die sterben nicht. Kann ich die wieder einsammeln? Nein. Oh ja, klar. Oh, ich hab ja schon genug Pfeile gefunden. Gefällt mir. Das Spiel gefällt mir einfach. So. Komm her. Hallo, versteckt bitte nicht. Bam. Oh, daneben. Wieder. Hey. Soffen oder was? Sehr cool. Macht Spaß mit dem Bogen. Ups. Ach. Okay. Das ist ein recht schneller Speicherpunkt hier. Das heißt, wir spielen hier definitiv noch ein Stückchen weiter. Hey. Warte, erst muss ich den hier knüppeln. Beide er mich wieder abwärts. Idiot. Da sind wir die drei. Und was speichern wir? Cool. Also ich find auch die Physik in dem Spiel richtig gut. Bam. Weiter geht's. Schauen wir mal dahinter. Nicht, dass da noch irgendwas versteckt ist. Okay, jetzt geht's entweder runter oder hoch. Aber ich geh wohl erst mal hoch. Ui, ui, ui. Da geht's ganz schön tief runter, hey. Cool. Ich bin ja gespannt. Das muss ich nochmal umdrehen. Nicht, dass ich mich ins Kabel einwickele. Okay, die schießen hier. Ah ja, okay. Das sollte eigentlich ist es sein. Der schießt jetzt hier so rüber. Dann drehen wir den jetzt so. Mal schauen, genau. Hä? Jetzt richtig ausrichten. Die Rätsel sind bis jetzt noch nicht so schwer. Ach, der muss noch ein bisschen. Halt, das ist ja zu viel. Schauen wir mal. Immer noch nicht. Ein Stückchen noch. Jawohl. Perfekt. Ne, der schießt noch nicht perfekt. Okay, dann richten wir den so aus. Oh, das war wieder zu viel. Bam, bam. Komm, geh rein da. Okay, das war nix. So ungefähr. Jetzt müsste er treffen. War perfekt. So. Jetzt passiert da unten was, oder? Oh. Oha. Die Wiedenkugel. Gut, dann gehen wir runter. Und schon wieder verwickelt hier. So, eine Drehung. Dann doch lieber mit ein bisschen Smooth Turn. Bevor ich mich hier jedes Mal rausdrehen muss. Q. Okay, ah, hier können wir runterklettern. Da können wir auch noch mal ganz runterklettern. Da unten können wir uns heilen. Und hier wird es dann weitergehen, höchstwahrscheinlich. Okay, dann klettern wir runter. Das holen wir uns natürlich alles. Boah, wie viele Kisten, hä. Ich brauche natürlich, die Cubes sind echt extrem wichtig, damit wir uns schnell alle Waffen holen können. Ja, Leute, manchmal sind so unscheinbare Spiele wirklich gut. Gut, mir hat es von der Aufmachung her so gefallen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere es mal aus. Wie komme ich jetzt da hoch? Heilung könnte ich eigentlich ein bisschen gebrauchen. Aber zumindest den Cube nehme ich mir mit. Kann ich mich da einfach so überschmeißen? Hier kann ich mich nicht festhalten. Hier, oh, das funktioniert. Okay, unten wird geheilt. Hier. Und schnell wieder hoch. Uiuiui. Hier geht's lang. Nee, da erschreckt mich wieder was, hä. Mein Gott, ich sag's auch noch. Und du, das war so klar. So, stirb, ey. Dafür, dass du mich erschrocken hast. So, Leute. Was ist denn das? Da kann man nichts nehmen. Okay, das ist eingeschlossen. Das sind lauter solch eine Teile hier. Was will ich mit den ganzen Dingern? Ich nehme die mal alle mit. Weil irgendwas... Für irgendwas werden die wohl gut sein. Ich habe nur noch keine Ahnung, für was. Kann ich die hier rein tun? Nein. Okay, wir nehmen sie einfach mal mit. Also das neue Menü gefällt mir definitiv besser. Richtig cool. Hm. Dich nehme ich mit. Noch ein Cube. So, hier ist ein Schloss. Sie müssen das Türschloss aufbrechen. Und mit dieser Maschine können sie ihren Arm aufladen. Und die Maschine... Ah, okay, ich verstehe. Jetzt wissen wir, wofür wir das brauchen. Guck mal an. So. Mein Gott, also... Er schreckt ein Armer auf. Immer wenn man nicht damit rechnet, hey. Sowas. Schade, jetzt steht dieser Hinweis nicht mehr. Egal. Wir gehen weiter. Meine Fresse, hey. Nee, also dafür braucht man die dann auch nicht. Leute. Ja, irgendwo ist wieder einer drin. Ich weiß es. Nein, diesmal genau nicht. Das war wieder so klar. So, Leute. Wow. Das schaut cool aus hier. Jetzt wird es langsam interessant hier. Ich speichere hier. Und wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann wartet auf das nächste Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst bitte einen Daumen hoch da, was hier auch wieder nicht geht. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Bye.